Ich kann nicht mehr. Das ist wirklich einfach nur krank. Wie man auf sowas stolz sein kann. Da muss einiges an Therapie kommen, damit der wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Ich würde gern Alpha Kevin gucken. Der hat ein Video rausgebracht. Deutscher YouTuber stalkt, knockt eine Frau aus und feiert sich dafür. Okay, let's go. Vielleicht kennt ihr sogar schon diesen Typen hier. Das ist der Gesellschaftskritiker auf YouTube, der sich unter anderem auch Superextreme nennt. Mit seiden knapp 6500... Ist schon mal ein guter Start. Ist schon mal ein guter Start, wenn sich jemand Superextreme nennt. Mit seiden knapp 6500... Oder Superextreme? Wahrscheinlich Superextreme, oder? Weil hier steht ja auch Werde. Also wie der Aufruf, Werde Superextreme. Werde doch mal Superextreme. Mit seiden knapp 6500 Abonnenten hat er auch schon jede... Warte mal, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, ich weiß... Ich habe auf Twitter ein Video von dem gesehen, wo er sich gefeiert hat dafür, dass er eine Frau so eingeschüchtert hat im Bus. Boah, ohne Scheiß. Okay, okay, okay. Wir gucken das Video, wir gucken das Video. Es wird Zeit, dass mittlerweile auch auf YouTube darüber aufgeklärt wird, wie schwierig seine Inhalte sind. Bevor es losgeht, gibt es aber super leckere Neuigkeiten. Denn jetzt ist endlich wieder der Blueberry Cheesecake Milkshake bei Just Legends im Sortiment für... Ja, aber er ist natürlich nicht so gut wie Wildfruff Banna Cotta von Chunky Flavor. Also das muss man auch da ganz klar einordnend sagen. 34... Entschuldigung, Entschuldigung, Kevin. ...euro 99 kann man diesen einzeln kaufen oder auch in Bundle. Und jetzt das Geile, bei jedem Einkauf... ...mit dem Code Rezo gibt es, äh, gibt es maximalen Rabatt bei Chunky Flavor. Ab 70... Und im gesamten More Nutrition Shop... ...euro... ...bekommen in einem Blueberry Cheesecake... Einfach so gegen Werbung machen. Einfach so... Er macht Werbung, ich mach gegen Werbung. Milkshake gratis dazu. Also gönnt euch, diese Aktion ist ab jetzt aktiv. Und wer ohnehin Bock hat auf solche Booster, für den lohnt sich... Einfach mal im More Nutrition Shop nachgucken, wer Bock auf Chunky Flavor hat oder andere coole Sachen. Da gibt es einiges Cooles. Ja, einiges. Ebenso ist jetzt auch der Granat... Ebenso gibt es auch neue Sorten. Ich hab jetzt auch wieder eine neue Chunky Flavor Sorte, ähm, äh, äh, bekommen. Ich weiß nicht, wann die rauskommt, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich einen Namen sagen darf, aber sehr cool auch. Der Mango Performance Booster ist seit dem 6. März erhältlich. Aus einer Dose bekommt man insgesamt 50 Portionen... Ja, also bei Chunky Flavor ist es so, dass du von einem Löffel kannst du so eine ganze Schüssel Joghurt zum Beispiel... ...kannst du, äh, kannst du schon süßen. Also richtig, richtig gut. ...ist dieser Booster genauso wie die Milkshakes von Just Legends günstiger als übliche Booster in Geschäften. Zu guter Letzt kommt ja am 30. März der Film Dungeon & Dragons eher unter Dieben in die Kinos. Ja, okay. Und es gibt, ähm, jetzt hab ich auch genug Werbung gemacht und deswegen geht's jetzt weiter. Fuck, Kevin spart dir 15% auf jede Bestellung bis auf... Ja, Code Rezo wisst ihr bescheid. ...die Probierpakete und damit würde ich sagen, schlag definitiv zu. Der Gesäch... Bei Monotition. ...Kritiker ist ein Verfechter gegen den Feminismus. Also ernsthaft, er hasst den Feminismus und man bekommt so langsam das Gefühl, dass er einfach durch die feministische Bewegung zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Bitte, liebe Frauen, legt den Feminismus ab. Es ist so unangenehm. Es ist... Es steigt schon so unangenehm ein. Bitte, liebe Frauen, legt den Feminismus ab. Was ist das Problem? Erzähl. Erzähl mir von deinem Problem. Ihr braucht den Feminismus nicht. Der tut euch überhaupt nicht gut. Der schadet euch und der Connection zu euren Männern. Ich find es so dankbar auch, wie ein Mann den Frauen erklärt, was sie brauchen oder nicht brauchen. Find ich mega, mega gut auch. Ich bin echt froh, dass er es auch endlich mal den Frauen erklärt, was sie brauchen und nicht brauchen. Die Feministin, die wollen mir das wieder so hindeuten. Die wollen einem ja sowieso immer die Worte im Mund rumdrehen. Der Feminismus ist natürlich für die Männer was Schlechtes, weil die Männer wurden da massiv abgewertet und ihre Rechte beschnitten. Welche Rechte sind beschnitten? Welche Rechte sind durch den Feminismus von Männern beschnitten worden? Also mir fällt zum Beispiel ein, dass hätte es den Feminismus nicht gegeben, dann, es gab mal eine Zeit, wo zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe war rechtlich erlaubt. Insofern, das wurde auch durch den Feminismus dann abgeschafft. Das war ein Privileg, ein Recht, was abgeschafft wurde. Ist es das, was er will? Ist es das, was eigentlich, was er nicht loslassen wollte? Worum geht's? Weiß ich nicht. Es ist, hm. Und als toxisch oder sonst was erklärt. Ja, ein bisschen Side-Eye-Chat. Ich glaube auch. Aber auch für die Frauen schlecht. Wieso kannst du erklären, was das ist? Was das ist, kann ich gerade nicht erklären. Also ich kann das gerade nicht erklären. Was, also was das soll gerade, kann ich, ich kann ganz wenig erklären von dem, was ich gerade höre. Aber okay. und ihre Rechte beschnitten und als toxisch oder sonst was erklärt. Es ist aber auch für die Frauen schlecht, denn die Frauen merken dann erst im Nachhinein, oh, diese verweiblichten Männer, die wollen wir doch nicht. Also wir müssen den Feminismus aus den Köpfen kriegen. Ist er jetzt, also ist er jetzt traurig, weil er als verweichlich wahrgenommen wird oder ist er traurig, weil er irgendwelche Rechte nicht mehr hat, die er vorher hatte? Ich verstehe es nicht ganz. Er muss raus, denn der Feminismus macht alles kaputt und mit... Oh Gott, Digga. Er ist ja richtig butthurt, Digga. Was ist denn da los? Also ihm geht es ja gar nicht gut. Feminismus funktioniert das nicht, okay? Das ist das Gegenteil von funktionieren. Das macht alles kaputt. Also... Was, was, was hat er denn für Lebenserfahrung gemacht, dass das aus ihm rauskommt? Digga. Boah. Boah. Der Feminismus ist super schlecht und macht alles kaputt. Welche, welche Rechte, also nur, also ich würd's, ich würd's so gern ein Beispiel von ihm, von irgendwas, was er mal, wo er mal das Recht drauf hatte und jetzt nicht mehr das Recht so hat. Wo er einfach, wo seine Rechte beschnitten wurden durch den Feminismus. Äh, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Außer halt sowas wie Vergewaltigung in der Ehe. Loll. Damit ihr aber versteht, weshalb der Typ eigentlich permanenten Quatsch erzählt, sage ich euch mal ganz kurz... Damit wir das verstehen, muss er jetzt was sagen. Das haben wir nämlich noch nicht verstanden. Kurz, was Feminismus bedeutet. In der Bundeszentrale für politische Bildung wird der Feminismus folgendermaßen definiert. Feminismus bezeichnet A, eine Bewegung, die sich für politisch-praktische Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenschancen von Frauen einsetzt. Ja, also ich finde, es klingt schon sehr stark nach, ähm, äh, Männer haben keine Rechte mehr. Und B, theoretisch-wissenschaftliche Bemühungen, die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts als Barriere wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnis wahrzunehmen und zu überwinden. In anderen Worten, Männern Rechte wegnehmen. Ich gebe euch jetzt einfach mal Beispiele. Feministen finden es beispielsweise ungerecht, dass Männer im Durchschnitt mehr verdienen als Frauen. Denn das ist eine nicht nachvollziehbare Benachteiligung. Oder so Beispiele wie Einstellungstests, bei denen Frauen gefragt werden, wann sie denn vorhaben, eine Familie zu gründen und danach wird dann bewertet, ob sie eingestellt werden oder nicht. Das wird zum Beispiel bei Männern oftmals nicht gemacht und demnach findet hierbei auch ganz klar eine Benachteiligung statt. Und genau diese Benachteiligungen, Diskriminierungen möchten Feministen abschaffen und da spricht absolut nichts dagegen. Doch der Gesellschaftskritiker hat offensichtlich absolut gar keine Ahnung, was Feminismus überhaupt bedeutet. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz häufig bei, also wir kennen ja alle Leute, die so sind wie dieser, ähm, wie heißt der, der Gesellschaftskritiker, ist auch ein geiler Name. Das ist, oh, ich finde das schon ganz gut. Das ist schon ein geiler Name. Aber wir kennen ja alle Leute, die so sind, ne, die sowas erzählen. Und so häufig merkst du sehr schnell, dass da so, so ein tiefer Schmerz in denen ist, weil sie in irgendeiner Form Ablehnung bekommen oder in irgendeiner Form nicht so ankommen, wie sie gern ankommen würden. Und, äh, das, äh, empfinde ich bei ihm auch auf jeden Fall sehr stark. Und spricht dann ständig so über diese Bewegung. Und wenn dann noch die Feministinnen immer kommen, ganz lustig, die meinen, sie könnten alles besser wie Männer. Und wenn man den dann einfach, äh, wie so ein, wie so ein kleines Kind, Digga, sagt, hey, komm, dann suchen wir doch einfach mal den Wettkampf, die Konfrontation. Und dann waren sie halt komplett ausgenockt. Natürlich in so einer Konfrontation, wenn sie meinen, sie könnten irgendwas besser wie Männer. Aber das braucht sie dann vielleicht auch. Und dann waren die plötzlich ganz still. Denn der Feminist... Was? Digga, also... Können wir uns noch mal anhören, was er gerade so gesagt hat? Auch nicht nur, was er gesagt hat, auch wie er dabei guckt, Digga. Das, äh, also... Das ist schon, das ist schon mit einem Bein in so... in so dem neuen Joker-Teil oder so. Die Feministinnen immer kommen, ganz lustig, die meinen, sie könnten alles besser wie Männer. Und wenn man denen dann einfach sagt, hey, komm, dann suchen wir doch einfach mal den Wettkampf, die Konfrontation. Der guckt gerade in eine Kamera bei sich zu Hause alleine, ne? Also der fühlt's. Und dann waren sie halt komplett ausgenockt. Natürlich in so einer Konfrontation, wenn sie meinen, sie könnten irgendwas besser wie Männer. Aber das braucht sie dann vielleicht auch. Und dann waren die plötzlich ganz still. Denn der Feminismus möchte den Frauen weismachen, dass sie versuchen sollten, Männer zu verweiblichen. Und dass nur die Männer gut seien, die verweiblicht werden. Und möchte den Frauen auch das weismachen, dass männliches Verhalten toxisch sei. Dass es was ganz Böses ist. Vielleicht ist mit mir auch psychisch nicht was ganz in Ordnung. Ja! Offensichtlich! Gut, dass du's gesagt hast! Gut, 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 dass du's angesprochen hast! Wir haben da, glaube ich, alle ein ähnliches, ein ähnliches Empfinden. Und es wäre, glaube ich, wirklich gut, wenn man sich da Hilfe sucht. Also das ist, das ist ne Person, der geht's innerlich nicht gut. Ui, Digga! Okay, der letzte Clip, der musste sein, den hab ich so rangehangen. Aber merkt ihr das auch? Der Typ denkt tatsächlich, dass Feminismus bedeutet, dass die Frau über dem Mann stehen soll, oder dass Männer verweiblicht werden. Ja, das ist die Definition von Feminismus, ist, dass Männer verweiblicht werden sollen. Das ist halt wirklich... Oder weichlicht? Ist egal. Wie so ein bodenloser Schwachsinn, das ist unglaublich. Was hat denn bitte die Gleichberechtigung der Geschlechter mit der Verweiblichung des Mannes zu tun? Es geht einfach darum, Akzeptanz und Toleranz gegenüber des anderen Geschlechts zu schaffen. Und das in sämtlichen Situationen. Und das ist doch eher was Positives. Ich hatte ja eben schon über die unfairen Lohnverteilungen zwischen Mann und Frau gesprochen. Also den... Ey, ich fühl mich auch schon völlig verweiblicht und verweichlicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich wieder zu meiner... Männlichkeit... zurückfinde. ...sogenannten Gender Pay Gap, der in Deutschland ungereinigt bei 18% liegt und bereinigt bei 7% liegt. Also der direkte Vergleich in den Positionen bei Mann und Frau. Und was schreibt wiederum unser Gesellschaftskritik... Chat sagt, bist ja auch ein Sweetie. Nein, Chat, stopp, halt. Ich bin kein Sweetie. Ich bin ein... männlicher Mann. Ich bin nicht... Ich bin nicht verweiblicht. Warte, ich hab einen Voice-Filter. Ich kann mich männlicher machen. Moment. So, jetzt... Jetzt bin ich so ein bisschen... Jetzt bin ich so ein bisschen... Habe ich so ein bisschen tiefere Stimme. So, ich hab... Ich bin schon... Ich würde sagen, ich bin schon ziemlich männlicher Mann. Ich bin Alpha. Aber ich bin... Äh... Keine verweiblichte, verweichlichte... Wie die anderen... Wie die anderen Männer. Ich kenn meine Männlichkeit. Und ich find diese ganze Verweiblichung nicht gut. Gar nicht gut. Mal kurz... Mal kurz zum... Zum männlichen Alpha werden, wenn man's braucht. Das ist schon geil. Auf Twitter... Es gibt keinen Gender-Pay-Gap. Der Gender-Pay-Gap ist ein Mythos. Der bereinigte Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männer beträgt gerade mal 2-5%. Diese letzten 2-5% sind dadurch erklärbar, dass Männer in Gehaltsverhandlungen unnachgiebiger vorgehen. Es tut mir immer ein bisschen leid, wenn Leute offensichtlich ein großes Mitteilungsbedürfnis haben. So wie er. Und relativ wenig Leute dann zuhören. So wie bei ihm. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Unabhängig davon. Das ist traurig. Das ist auch so ein Schmerz, so ein Ego-Schmerz, mit dem man dann klarkommen muss, dass nicht die ganze Welt einem zuhört, wenn man Scheiße labert. Und ich glaub, das ist ein Schmerz, der bei ihm sehr tief sitzt. Und dass es nicht 2-5% sind, sondern ganz klar 7% sind, schiebt er die Schuld der Benachteiligung einfach auf das andere Geschlecht. Nice, Diggi. Ist ja nicht so, dass es bereits schon ein offensichtliches Problem ist, dass Frauen in den gleichen Positionen weniger verdienen als die Männer. Und ich glaube eher weniger, dass es was mit den Gehaltsverhandlungen zu tun hat. Zum Thema Twitter kommen wir aber später noch, denn er hat so einige Tweets abgelassen, die echt mega weird sind. Wir schauen uns aber erstmal an, was unser Kollege auf YouTube zu erzählen hat. Denn er schafft sich mit seinen Beiträgen nicht nur auf YouTube eine super toxische Community an, die komplett antifeministisch sind. Nein, er... Was für ein Zufall. Er zeigt auch auf, dass die Männer dominant sein müssen und die Frauen sollen sich in einer Beziehung mit dem Mann eher unterordnen. Wovon ich spreche, ist eine natürliche Dominanz des Mannes. Und... Was hat denn er für eine hohe Stimme gerade? Das ist doch nicht männlich. Das ist doch verweiblicht. Entschuldigen, vergleich das mal mit meiner Stimme kurz. Meine Stimme ist viel, viel männlicher. Ich kann auch... Also ich... Boah, wenn ich so rede, da merke ich schon, dass es einfach männlich ist, was ich mache. Die weiß, an was mich die Stimme auch erinnert, waren so Horrorfilme, ne? Ich möchte ein Spiel spielen. Also so ein Ding. Warte, warte, warte. Ich wollte ihm noch mal zuhören. Ich habe ihm nicht zugehört und das tut ihm kein Recht, wenn man ihm nicht zuhört. ...dominant sein müssen und die Frauen sollen sich in einer Beziehung mit dem Mann eher unterordnen. Wovon ich spreche, ist eine natürliche Dominanz des Mannes und eine natürliche Unterordnung der Frau. Er ist ohne Scheiß dafür, dass er an die natürliche Dominanz des Mannes glaubt, ist er erstaunlich wack. Also ist er erstaunlich... Also weist er erstaunlich starke Charaktereigenschaften auf, die ihn nicht dominant machen, sondern einfach nur wack. Das heißt nicht, dass die Frau gar nichts bestimmen könnte oder gar nichts sagen dürfte. Ganz und gar nicht, sondern... Das ist aber freundlich. Sie hat ein Veto-Recht und sie darf... Sie hat ein Veto-Recht? Was? Was? Was ist denn hier los, Digga? Das ist doch eine scheiß Parodie von sich. Also auch mitbestimmen oder mitentscheiden, aber der Mann trifft die grobe Entscheidung und der Mann gibt vor, in welchem... Ah, der Mann trifft die grobe Entscheidung, die Frau darf dann nur noch nachjustieren. Ey, was für ein Kekko ist das denn? ...die Richtung das Ganze geht. Die Stimmungen der Frau oder die Emotionen der Frau sind der Meistens, die es besser. Und ein Mann kann da einen Ruhepol darstellen, sodass sich die Frau dann... Das ist gut, dass der Mann den Ruhepol darstellt. Weil Frauen sind ja auch häufig einfach so emotional. Die haben ja ihre Emotionen auch nicht so im Griff. Da ist das gut, dass der Mann da reinkommt und den Ruhepol darstellt. ...Borgen fühlt, sich wohl fühlt, sich fallen lassen kann in die Hände des Mannes und der Mann wird es dann zu ihrem Besten und auch zu seinem Besten Entscheidungen treffen, die für beide gut sind. Ja, weil die Männer sind ja die, die die Entscheidung treffen sollten. Nee, komplett. Er hat mich komplett abgeholt. Eine Frau sollte dieser Führung ihres Mannes oder ihres Partners vertrauen. Das heißt aber nicht, dass man die Frau unterdrücken würde. Das meine ich damit nicht. Auch wenn man vielleicht im weitesten Sinne sagen könnte, dass es meistens gut ist in Beziehungen, wenn sich die Frau tendenziell unterordnet, aber nicht Unterdrückung. Okay, das ist nochmal was anderes. Unterdrückung. Nee, Unterdrückung ist ja, wenn es irgendwie nicht gut ist. Aber Unterordnung, das will sie ja. Das wäre ja gut, wenn sie das will, wenn sie sich unterordnen will. Unterordnung. Oder, sagen wir mal, das Führen beim Tanzen und die Frau, die sie sich führen lässt. Und eine psychisch gesunde Frau sollte sich der Führung des Mannes anschließen. Also in einer gesunde... Eine psych... Warte, bitte lässt. Und eine psychisch gesunde Frau sollte sich der Führung des Mannes anschließen. Also in einer... Ich kann... Ich kann... Ich kann nicht mehr. Das ist so schmerzhaft, was wir gerade sehen. Das ist so schmerzhaft. Boah, Digger. Boah. Ich... Ich kann nicht mehr. In einer gesunden Beziehung sollten die starken, rationalen und intelligenten Männer die Frauen führen und die Frau sollte sich stets unterordnen. Denn indirekt wird damit einfach impliziert, dass Frauen keine richtigen Entscheidungen treffen können, die gesund für die Beziehung sind. Mir ist generell aufgefallen, dass ich als stiller Zuschauer immer mehr das Gefühl bekam, dass er das weibliche Geschlecht permanent schlecht darstellt und das... Was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das männliche Geschlecht ist das schlaue Oberhaupt. Die Frauen wirken ständig in diesen Videos als das schlechtere Geschlecht, welches schwach und weinerlich ist. Entschuldigung, Frauen haben ja auch ihre Qualitäten. Zum Beispiel können sie sich unterordnen. Auch sollten sie jedenfalls, wenn sie psychisch gesund sind. Und auch dem Mann zuhören. Das ist ja auch eine Qualität, die Frauen haben. Und für mich wirkt dann dieser Typ auch so, als wäre er ganz leicht misogyn. Und mich... Was? Den Vibe hab ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Stört immer wieder, wie Feministinnen da versuchen, einem das Wort im Mund rumzudrehen und einen dann so als macho-haften Misogynisten da... Nee, ich hab auch noch... Ich hab gar... gar nicht so Show-wie-Macho-Vibes von ihm bekommen bisher. Wie könnte man das... Wie könnte man denn so Macho-Vibes bekommen von ihm? Vielleicht, als er gesagt hat, der Mann soll das entscheiden, die Frau soll sich unterordnen? Nein! Nein, nein, nein. Glaube ich, ist Quatsch. Quatsch. Er sagt kein Macho, was? Ich verstehe das gar nicht. ...stellen, der Frauen abgrundtief hasst und... Warte, sorry. Ich hab ihn wieder nicht richtig zugehört. Sorry, ich hab ihn unterbrochen. ...mysogynisten darzustellen, der Frauen abgrundtief hasst und sie sadistisch behandeln. So ein Quatsch. Oh, stimmt. Man macht einen Kanal, bei dem man die ganze Zeit gegen das andere Geschlecht schießt und die feministische Bewegung verurteilt und verteufelt. Natürlich kommt dann dieser Typ gar nicht misogyn rüber. Ich frage... Überhaupt nicht. Nee, ich hab auch gar... Ich find jetzt ganz abwägig auch. ...mich halt auch des Öfteren, ob er sich über seine Wurtwahl Gedanken gemacht hat, denn alles gibt mir in den Videos die Vibes, dass er etwas gegen Frauen hätte. Und das war ja noch nicht mal alles, denn das Beste kommt zum Schluss. Das werdet ihr auch noch merken. Doch machen wir auch erstmal damit weiter, dass unser Gesellschaftskritiker auch Beziehungstipps gibt. Und dort zeigt er uns auch auf, dass ein Mann niemals mit einer Ü30-Frau etwas anfangen sollte, denn ihre Zeit ist schon längst abgelaufen. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Es kommt jetzt wieder ein Ausschnitt von diesem Dude und wir wissen jetzt schon, in welche Richtung das geht. Und wir müssen jetzt ganz, ganz stark alle sein. Okay, okay. Tief Luft holen und rein. 30 Jahre Altersgrenze. Mit 30, dann machen sie aber zuerst, wo sind denn die ganzen Männer hin, die sich noch kürzlich für mich interessiert haben? Irgendwie melden sich gar nicht mehr so arg. Es gibt immer noch genügend bedurftige Männer, die auch noch Frauen über 30, wo an die Frauen über 30 verloren gehen, sage ich jetzt mal. Mir fehlen die Worte. Es gibt noch Männer, die, was hat er gesagt, verloren sind für die Frauen über 30? Wo an die Frauen über 30 verloren gehen, sage ich jetzt mal. Also es gibt Männer über 30, wo an die Frauen über 30 verloren gehen. War das, war das der Satz? Strong. Strong. Ja, ich finde auch, ich, also, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ich weiß gar nicht. Was, also, was soll man denn sein am Ende? Tu mir den Frauen, die über 30 sind. Was, was machen wir denn damit? Also wenn wir, wenn wir nix mehr, also, was ist denn dann mit denen? Aber die wirklich guten Männer, die ein bisschen clever sind, die lassen das nicht mit sich machen. Die sagen, hey, du Frau mit über 30, tut mir leid, aber du bist schon ein bisschen über deinem Verfallsdatum jetzt ein bisschen. Das ist so ne misogine Scheiße. Ohne Witz. Der Typ, wirklich, der, boah, es kommt nur Scheiß aus seinem Mund. Das ist unfassbar. Chad sagt, ich werde dieses Jahr 34, werde ich jetzt notgeschlachtet. Ja, das tut mir leid, das tut mir leid, aber das muss leider jetzt passieren. Du bist mittlerweile schon mehrere Jahre über deinem Verfallsdatum. Also, da gehen noch ein paar Männer an dich verloren, aber Entschuldigung, die klugen Männer wissen, dass du halt drüber bist. Also, das ist wie ein Joghurt, der abgelaufen ist. Kann man noch essen, sollte man aber nicht mehr. Also, sorry, so bist du halt. Überspitzt gesagt. Ich deite lieber eine jüngere Frau. Ich deite eine Frau unter 30. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, er datet nicht viel. Also, ich glaub, der Pool von Frauen ist relativ klein, die das mit sich machen lassen. Vielleicht sogar unter 25. Und das solltet ihr Männer bitte auch tun. Dated nur. Vielleicht sogar unter 25. Digga, was ist denn das? Hä, aber was ist, wenn, also, ist es so, dass das Leonardo-Ding, auch wenn man selbst 40 ist, dann sollte man immer noch Frauen unter 25 daten, weil aus Prinzip? Oder was? Dated nur Frauen unter 30. Wenn die Frau es mit 30 noch nicht geschafft hat, einen wertvollen Mann sich anzubinden oder eben den, sag ich mal, für sich zu begeistern oder an sich zu binden, dann, dann hat sie ihre Chance verpasst. Sie hatte so viel Zeit. Also laut, Entschuldigung, Entschuldigung. Also ich finde, dann ist es vorbei. Also, also wenn jetzt irgendwer von euch Single ist und über 30, sorry, da kann ich jetzt auch ganz wenig machen. Imagine, imagine, ähm, du lernst eine Frau kennen. Du verstehst dich gut mit ihr. So, es läuft gut, der Abend läuft gut, ihr quatscht, es ist super nice so. Ähm, und dann findest du raus, dass sie sagt, sie ist, ähm, sie ist über 30. Und du fragst, Entschuldigung, hab ich jetzt gerade richtig verstanden, du bist über 30? Ist das richtig? Und sie sagt, ja, ich bin über 30. Und du sagst, Entschuldigung, du bist Single und über 30? Und sie sagt, ja, wir haben uns doch so gut verstanden den ganzen Abend. Da musst du aufstehen. Da musst du sagen, es tut mir leid, das geht so nicht. Es ist nicht okay, dass du, das, schade, schade, dass das jetzt so lief, schade, dass du, dass du so über Verfallsdatum auch bist. Ihm sollte kein, boah, imagine, imagine, eine Frau, die über 30 und Single ist, einen Partner abbekommen. Denn das ist ja schließlich über ihrem Verfallsdatum. Cringe. Er begründet es dann auch noch damit, dass man ja in den 20ern hätte eine feste Beziehung eingehen können. Und in diesem Video sagt er auch noch, dass es bei Männern anders ist. Denn Männer altern wie Wein und Frauen altern wie Milch. Das ist übrigens kein Witz, das hat er wirklich erzählt. Männer altern wie Wein und Frauen eher wie Milch. Ey. Es kommt wirklich so ein Schwall von mysogyner Scheiß aus seinem Mund, ne? Es ist unfassbar, wie man in so kurzer Zeit so viel Scheiße reden kann. Unfassbar. Ne, ich weiß auch nicht, warum Leute sagen, er wäre mysogyn. Ich verstehe das gar nicht. Also ich kann ganz schlecht nachvollziehen, wie Leute ihm das vorwerfen. Er ist doch nur, also er ist doch nur traditionell. Und das ist ja so, sag ich mal, ein allgemein gängiges Sprichwort. Aber es stimmt relativ gut damit überein, was so die, sag ich mal, statistische Erhebung sagt. Also die statistische Erhebung sagt, was? Was für eine statistische Erhebung? Entschuldigung, bitte nochmal was? Und das ist ja so, sag ich mal, ein allgemein gängiges Sprichwort. Erstmal, ist das ein allgemein gängiges Sprichwort, Digga? Also halt dein Maul ist auch ein allgemein gängiges Sprichwort, aber da scheint er sich ja auch nicht dran zu halten. Aber es stimmt relativ gut damit überein, was so die, sag ich mal, statistische Erhebung sagt. Also der Gesetz... die statistische Erhebung. Ist ja völlig klar. Wenn man auf Statistische Bundesamt guckt, dann zeigen die schon ganz klar, also Frauen aldern wie Milch. Ist auch eine Studie, das wurde neulich rausgefunden von so niederländischen Wissenschaftlern. Imagine, der Typ will Lehrer... Warte ganz kurz. Der Typ will Lehrer werden? Nee, nicht wirklich. Das ist doch... Das war Joke gerade, ne? Das war Joke. Das nicht real. Der wirkt einfach unfassbar nett, wenn man sich das so anschaut. Und er wirkt keinerlei misogyn. Stopp. Warte. 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 Der studiert Lehramt? Und er will halt auch gar nicht auf Krampf die Machtposition... Nee, finde ich gut, den in eine Machtposition zu bringen. Finde ich gut. Finde ich auch völlig... Wüsste ich auch gar nicht, was da schiefgehen kann, wenn der in der Machtposition ist, es Männern oder Frauen oder Jugendlichen schwerer zu machen im Leben. Wüsste ich gar nicht, was da schiefgehen könnte. ... des Mannes verteidigen. Denn ihr seid Männer und es ist bei solchen Frauen besonders wichtig, dass ihr euren Mann steht. Dass er dieser Frau zeigt, hey, ich bin ein Mann und ich lasse mir so etwas von dir nicht gefallen. Und ich muss dir offensichtlich zeigen, wo du hingehörst. Und zwar... Wo du hingehörst? Wohin denn? Die Küche. Kommen wir aber jetzt zu einer Story, die ich erst auf Twitter so richtig mitbekommen habe. Und dazu hat auch die Seite Belltowers einen Beitrag verfasst und dieser ist by the way auch unten in der Beschreibung verlinkt. Von diesem Beitrag habe ich auch einige Informationen für das Video gesammelt. Und dieser Beitrag, der hatte es... Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ist es einfach dieser Incel-Vibe, dass er einfach so wütend ist, dass ihn jeder scheiße findet, dass er noch beschissener wird? So wie so eine Spirale? Oder was ist da los? Wirklich in sich. Anfang Januar erzähle der Gesellschaftskritiker eine Geschichte von sich. Also wie wird man so? Digga, was muss denn schief gehen in deinem Leben, dass du so wirst? Bei welchem ihm eine Frau entgegen lief auf einem Bürgersteig. Er meinte dann dazu, dass er auf der richtigen Seite lief und die Frau lief ihm entgegen auf der falschen Seite. Und als es dann zu der Begegnung kam zwischen Mann und Frau entstand eine Kollision und er erzählte die Situation folgendermaßen. Ich hätte ihr nur so ausweichen können, indem ich komplett die Seite gewechselt hätte. Aber das habe ich dann auch nicht eingesehen, da dann so einen riesen Schwenker zu machen, nur weil sie unfähig ist, mir auszuweichen. Ich laufe aus der richtigen Seite. Gut, dann müssen wir einfach mal schauen, wer diese Kollision denn besser übersteht. Eher so eine Yacht oder so ein kleines Fischerboot. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann, ich kann. Ohne Scheiß, würdest du diesen Charakter in einer Serie oder in einem Film sehen, würde ich sagen, das ist lazy writing, niemand auf der Welt ist so, das ist einfach sehr Stereotyp, gibt dir mal ein bisschen Mühe, das Drehbuch so zu schreiben, dass die Charakter dann ein bisschen überzeugender sind, ein bisschen realer sind. So ist doch kein Mensch, würde ich sagen. Das ist zu, das ist zu on the nose, das ist zu platt. Digger, ist einfach real. Mit dem kleinen Fischerboot ist er also auf mich zugekommen und hat wahrscheinlich irgendwie gedacht, dass ich ihr ausweichen würde. Hab ich gedacht mir, Schätzelein, warum soll ich dir ausweichen? Ich laufe auf der richtigen Seite und du bist deine Frau und ich bin ein Mann und... Ich kann nicht, ich... Aua. Alles... Wie kann er so viel Scheiße reden? Schon... Und beim so Makro-Scheiße reden, so er hat so einen Makropunkt, der einfach wie so Scheiße ist, also praktisch so, als würde er so Scheiße einfach aus seinem Mund rauskommen. Währenddessen macht er so Mikro-Scheiße reden. Also so in so Nebensätzen haut er nochmal so Scheiße raus. Das ist ein ganz großes Kot-Fest. Und du scheinst vergessen zu haben, dass Männer jetzt so körperlich meistens eher ein bisschen besser gebaut sind als die Frauen. Und wenn es da zu einer Kollision kommt, dass es meistens für die Frauen nicht so gut aussieht und eher für den Mann. Und es kam so, wie es kommen musste, sie lief auf mich drauf und ist dann gegen meine Schulter geprallt und lag danach ausgenockt auf dem Boden und ich bin noch da gestanden. Also mir hat das eigentlich herzlich wenig gemacht. Cool. Was... Was erwartet erwartet er von dieser Geschichte? Was... Was war sein Gedanke, als er das Video aufgenommen hat? War der Gedanke, man erzählt das und alle klatschen? Wow. Du hast irgendwer mal aus der Straße ausgenockt, weil du irgendwie stur warst und dein Ego nicht damit klargekommen ist, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Wow. Bist du cool. Mega. Nice. Was... Was erwartet er denn? Was ist das für ein Disconnect von... Also ich mein, er nimmt ja... Es ist nicht nur so, dass er das für sich macht, dass er rausgeht, dass er denkt, boah, die nocke ich jetzt voll um. Zack, ich hab die voll umgenockt. Und dann geht er nach Hause und behält das so für sich und denkt sich so ein bisschen so, ja, soll ich mich dafür schämen? Nein, irgendwie fand ich's cool. Das ist ja nicht mal das. Sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich find das so cool und ich bin mir auch sicher, dass andere Leute cool finden, dass ich das jetzt öffentlich mache, dass ich öffentlich sage, dass ich das gemacht habe. Cool. Irgendwie hat sie sich wohl gedacht, dass meine Schulter so eine Art Wartebausch ist oder sowas. Nee, Digga, meine Schulter ist keine Wartebausch. Hab ich voll durchgezogen. Vielleicht doch eher wie eine Mauer. Und hat sie dann ziemlich ausgenockt und sie lag dann da, ich hab sie kurz angeschaut und dachte mir, mal schauen, ob sie sich jetzt gleich beschwert, ob sie das wagt, sich zu beschweren? Ob sie es wagt, sich zu beschweren? Digga, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn ich so auf der Straße lang gehen würde und irgendwer würde mich so umknocken. Digga, ich mein schon, dass ich wagen würde, mich zu beschweren. Ich mein schon. Ich bin mir relativ sicher, dass ich's wagen würde. Digga, dass man es wagt? Ich kann nicht mehr. Aber sie hat sich aufgerappelt, hat einen kurzen Blick zugeworfen. Hat da gleich gemerkt, dass wenn sie auch nur ein Mucks gesagt hätte, dass ich sie so zusammengeschissen hätte. Ja, natürlich, weil du ein geisteskranker Typ auf der Straße bist. Du bist ein Psychopath, der auf der Straße einfach Leute körperlich angeht und nachdem die aufgestanden sind, sagen die natürlich nichts. Weil du geisteskrank bist. Bruder, Alter, du bist ein gefährlicher, psychisch kranker Mensch. Natürlich sagen Leute nichts zu dir. Nicht, weil du stark bist, nicht, weil du krass bist, nicht, weil du toll bist, sondern, weil du krank bist. Und gefährlich, Digga, halt dein Scheißmaul. Jetzt langsam regt's echt auf. Nee, ey, boah. Dass ihr besser nichts sagt. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich kann nicht mehr. Ich frage mich grad, wie hart muss man jemanden weghauen, dass eine Frau im Anschluss hinfällt und ausgenockt am Boden liegt. Ja, echt, das ist ja nicht ein ineinander reinlaufen, das ist ein komplett durchziehen. Das ist, ich geb mir richtig Mühe diesen Menschen jetzt. Alter, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Boah. Digga, das ist wirklich einfach nur krank. Der ist einfach nur krank. Und wie man das, wie man so stolz sein kann. Digga, wie man auf sowas stolz sein kann. Alter, da muss einiges an Therapie kommen, damit der wieder, damit der wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Ohne Witz. Ey. Das kann ja schlecht daraus entstehen, wenn man die Frau nur leicht tuschiert. Das klingt für mich eher nach willkürlicher Gewalt und man hat es in Kauf genommen, dass sich diese Frau verletzt. Oder es klingt... Imagine, das ist dein Lehrer. Der wird niemals als Lehrer überleben an der Schule. Weil diese Aufnahmen da sind. Den nimmt doch niemand ernst. Zu Recht. Den wird doch jeder Scheiße finden. Die ganze Schule wird über den lachen, weil es einfach so ein, so ein geisteskranker, dummer Typ ist. Alter. Bitte, bitte, bitte. Werd nicht Lehrer. Bitte geh einfach, mach einfach eine Therapie. Ist nicht schlimm, du kannst einen Neuanfang starten, aber so wie du bist, bist du nicht okay. Bitte, mach eine Therapie. Boah, ey. Das klingt nach einer Geschichte aus dem Paulaner Garten. Also entweder kommt das schon wieder ziemlich frauenfeindlich rüber oder er labert halt gerade Müll. Noch im selben Video entlarvte er sich dann als absolut unangenehmer Creep, denn er schilderte außerdem einen Vorfall, bei welchem eine Frau einen bösen Blick in seine Richtung warf, weil er seine Corona-Maske nicht richtig über die Nase gezogen hatte. Und diese Frau... Entschuldigung, die Frau hat dem Mann ja wohl gar nichts zu sagen. Wenn der Mann das so tragen möchte, dann... Der Mann hat ja eine Entscheidung für beide getroffen. Das ist doch... Ist doch okay dann. Hat die dann... Ist doch richtig so. ...eine Weile lang angeschaut und das von der Typ so respektlos, dass er ihr entgegen lief und... Ey, das Ding ist, am Anfang vom Video war er halt so... stupid, ja. Und misogyn, ja. Aber dann so Geschichten zu hören, wo er wirklich aktiv Leute körperlich angeht und sich dafür feiert, das ist wirklich so... Digga, das ist einfach so... Es ist nicht okay, dass der so ist. Ist einfach nicht okay. Und er schilderte den Vorfall folgendermaßen. Wo ich so die ersten zwei Schritte gemacht hab, dachte ich mir so, jetzt ist deine letzte Möglichkeit wegzuschauen. Wenn du jetzt nicht wegschaust, dann verfolge ich dich. Der Typ ist einfach krank, Digga. Der ist einfach krank. Oh, Alter. Geh ich zu dir hin und warte dich verfolgen, okay? Das ist doch nicht... Das ist doch... Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann nicht sein... Aber, ey, wie disconnected er mit der Realität ist, dass er sowas dann auf Video aufnimmt und ins Internet stellt. Als wäre er ihm recht. Da hat mich eine Frau angeguckt, weil ich meine Maske nicht getragen habe. Oh, dann hab ich gedacht, du hast deine letzte Chance, mich nicht anzugucken, sonst verfolge ich dich. Dass der nicht merkt, wie krank solche Sätze sind. Digga. Und ob sie passt oder nicht. Und sie hat mich weggeschaut und dann kam es eben genauso, dass ich mich dann direkt an sie hingestellt habe und das war ja dann ziemlich unangenehm und dann ist sie vor mir geflüchtet. Dann ist sie im Bus weiter nach vorne gelaufen. Was für ein Zufall, dass man vor gefährlichen, kranken Leuten, die sich nicht unter Kontrolle haben, Distanz sucht. Was für ein Zufall. Ich bin ihr gefolgt. Und zwar jedes Mal. Drei oder vier Mal. Bin ich... Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ah, ah, ich kann... Wie kann er denn denken, dass er der Gute in der Geschichte ist? Wie kann er das denn glauben? Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn glauben, man wäre ihm recht, wenn man eine Geschichte erzählt, wo man sagt, die hat mich angeguckt. Die hat mich angeguckt. Aber das ist nicht okay, dass sie mich anguckt. Also habe ich die verfolgt. Habe ich mich so neben die gestellt. Dann ist sie weggegangen. Aber ich habe die wieder verfolgt. Dann ist sie wieder weggegangen. Und ich habe die wieder verfolgt. Dann ist sie wieder weggegangen. Ich habe sie wieder verfolgt. Wie kann man sowas sagen und denken, man wäre der Vernünftige in der Situation? Wie kann man sowas sagen und irgendwie denken, das wäre gerechtfertigt in der Situation? Wie kann man so sein? Digga, boah. Ich bin ihr gefolgt. Egal, wo sie sich hingesetzt hat oder hingestanden ist, ich bin ihr immer gefolgt und direkt auf die Pelle gerückt. Jedes Mal. Cool, Digga. Cool. Clap, clap. Das hast du sehr cool gemacht. Und erst nach dem vierten, fünften Mal habe ich mir so gedacht, okay, sie war dann auch komplett eingeschüchtert. Dass ich mir dachte, okay, jetzt, es reicht. Es ist okay. Sie hat es verstanden. Sie hat es verstanden? Digga, sie hat Angst vor dir. Zu Recht. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass du körperlich die Frau angehen würdest. Wäre ja nicht das erste Mal. Digga. Okay, passt auf. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ macht einen Fehler und kann... Ich kann nicht mehr. Digga. Ey. Ey, ich bin ja nicht so Fan von Canceln oder so, aber ich bin der starken Überzeugung, dass dieser Mensch nicht Lehrer sein sollte, dass dieser Mensch nicht in irgendeiner Machtposition in dieser Gesellschaft Fuß fassen darf, sondern erst mal eine Therapie machen muss, um dann wieder eingegliedert zu werden, weil so wie er drauf ist, ist er nicht in Ordnung für die Gesellschaft. So. Passiert einen bösen... Schon gar nicht in der Machtposition. Schon gar nicht in der Machtposition. Blick von der Frau. Weil er sich nun gekränkt fühlte, schüchterte er die Frau so ein, weshalb sie immer wieder von ihm weglief und er ließ nicht locker und ging hinterher. Junge, was für ein Pein... Chat sagt, warte, der ist Lehrer. Ja, irgendwer vorhin meinte, dass er irgendwie Lehramt studiert oder irgendwie... Lehramtsanwärter ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Also angehender Lehrer vielleicht. Aber weiß ich auch nicht. Also war jetzt nicht im Video, sondern sagte wer im Chat. Irgendlicher Typ muss man bitte sein, um sowas zu machen. Das zeigt mir persönlich einfach, wie er scheinbar gegen Frauen vorgeht, die er nicht so mag. Da geht es um psychischen Druck oder gar um körperliche Gewalt, wie das mit der Schulter. Und dieser Mensch hat, möchte oder wollte Mathematik und Schulpsychologie studieren. Und dieser Mensch hat, möchte oder wollte... Ich bin 24 Jahre alt, studiere Mathematik und Schulpsychologie. Psychologie. Digga, Psychologie. Digga, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wie kann man Psychologie studieren und dann nicht verstehen, dass man echt psychische Probleme hat? Also wie kann man nicht mal so... Also wenn du schon irgendwas mit Psychologie studierst, dann musst du doch wenigstens auf den Trichter kommen, wenn du so extrem bist, dass du nennenswerte psychische Probleme hast. Aber lass mich raten, er geht nicht zur Therapie, weil das wäre verweiblicht. Das wäre verweichlicht. Das brauchen Männer nicht. Männer wissen, was für Entscheidungen sie treffen. Die wissen sie sehr gut, weil sie sehr klug sind. Boah, Digga. Ich kann nicht mehr. Ja. Er sagt, es hat mich etwas Überwindung gekostet, mich mit meinem neuen Kanal super extrem auch persönlich im Video zu zeigen. Doch ich merke, dass es die absolut richtige Entscheidung war. I beg to differ. Das, Digga, wirklich, wirklich... Ob es die absolut richtige Entscheidung war, öffentlich ins Internet zu stellen, wie du Frauen körperlich angreifst, weiß ich nicht, Digga, ob das die absolut richtige Entscheidung war. Wie du Frauen aktiv einschüchterst, immer wieder hinterherläufst, wie so ein geisteskranker Stalker, weiß ich nicht, ob das die absolut richtige Entscheidung war. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das Drehen von Videos macht mir Spaß und ich möchte aber gleichzeitig auch ernste Botschaften in meinen Videos übermitteln. Oh, bitte, Alter. Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren. Zu was? Stalking? Zu was? Digga. Ich... Pfff. Und mit meinen Videos zum Nachdenken anzuregen. Wäre mega gut, wenn er sich selbst zum Nachdenken anregen würde. Das wäre so sick. sollte Mathematik und Schulpsychologie studieren und ich hoffe persönlich nicht, dass er mit seiner Ausdrucksweise in seinen Videos den Kindern Ähnliches vermittelt. Es ist halt sehr besorgniserregend und man merkt auch, wohin die Reise führt, wenn man seine öffentlichen Äußerungen auf Twitter, auf YouTube und auf anderen Plattformen mitbekommt. Auf Twitter schrieb er beispielsweise folgende Sätze. Sofortiges Ende aller Corona-Maßnahmen jetzt. Ganz ehrlich, überrascht das irgendwen hier, dass er so einer ist gleichzeitig. Überrascht es irgendwen hier jetzt gerade, dass... dass... dass jetzt irgendwie... Irgendwie kein Schocker. Irgendwie war es das jetzt kein... keine schockierende neue Information. ...und für alle Zeit in Deutschland herrscht eine Meinungsdiktatur. Mh... Ja. Die Impfung schützt nicht, hat sie auch noch nie. Es ging nur darum, sie unter die Menschen zu bringen. Freut euch schon auf die zu erwartenden Impfschäden. Es... Oh, Digga. Oh, Aua. Feminismus ist der größte Bullshit auf Erden. Ich hab sehr, sehr starke Schmerzen. Und... Ja, wirklich... wirklich sehr starke Schmerzen. Impfschäden. Feminismus ist der größte Bullshit auf Erden. Ich hab sehr, sehr starke Schmerzen. Und sein Eherverschwörung... Manche Typen verstehen nicht, warum ich Angst vor Männern habe. Ja, echt. Ich kann auch nicht verstehen, warum Frauen... warum Frauen Angst vor Männern manchmal haben. Verstehe ich ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man da schlechte Erfahrungen machen kann. ...denken untermauert er noch damit, dass er meinte, dass man am besten ein Redpiller sein sollte. Das heißt nicht, dass man die Frau nicht wertschätzt. Man schätzt die Frau absolut wert. Klar. Hat man in seinen... in seinen Storys auch gerade voll gemerkt. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Klar. Ist sich aber eben auch darüber bewusst, wie Frauen so ticken. Also Redpiller-Awareness das wäre vielleicht auch ganz gut. Das ist by the way auch so ein ganz klassischer Begriff für antifeministische Bewegungen. Und sowas nutzen by the way auch Männerrechtler, die Angst haben, unterdrückt zu werden. Die User sich als Redpillt, da sie die vermeintliche Herrschaft des Feminismus entschlüsselt hatten. Die ganze... Das ist so peinlich. Imagine, du bist so... ...von den Frauen. Und mit folgenden Worten, Richtung Demokratie, Richtung Staat, den Medien und den Corona-Verordnungen, machte er jetzt auch nicht unbedingt den besten Eindruck. Und vor allem die Leute, die Faschismus nicht erkennen, die sagen, was war das? Ich kann mich nicht dran erinnern. Maskenpflicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass irgendwelche Verletzungslager erschaffen wurden oder aufgestellt wurden. Deswegen ist doch noch kein Faschismus. Wenn es noch keine Verletzungslager gibt, dann ist doch noch alles gut. Dann ist doch noch Demokratie. Und auch sowas wie Zensur. Was? Was? Was wollte er gerade? Es ist wieder viel, viel Kot aus seinem Mund entsprungen. Aber was wollte er gerade sagen? Im besten Eindruck. Und vor allem die Leute, die Faschismus nicht erkennen. Die sagen, was war das? Ich kann mich nicht dran erinnern. Maskenpflicht. Ach so. Maskenpflicht ist der Faschismus gewesen. Ah, natürlich. Natürlich. Maskenpflicht war der Faschismus. Die Leute sind dumm, die das nicht erkannt haben. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass irgendwelche Vernichtungslager erschaffen wurden. Und was soll der Satz? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwelche Vernichtungslager Vernichtungslager? Sagt er gerade, es wurden Vernichtungslager erschaffen? Oder aufgestellt wurden. Deswegen. Also jetzt, in den letzten Jahren? Ist doch noch kein Faschismus. Wenn es noch keine Vernichtungslager gibt, dann ist doch noch alles. Ich verstehe gar nicht. Da kommt so viel Müll aus dem Raus. Ist gut. Dann ist doch noch Demokratie. Und auch sowas wie Zensur. Ja, wie dieser Super-Extreme, der wurde zensiert. Das soll sich mal nicht so aufspielen. Was ist denn das für ein Gesellschaftskritiker? Was soll denn das sein? Er empfindet sich als Gesellschaftskritiker. Das finde ich auch ganz besonders spannend. Puh. Kann man das studieren? Das kann man nicht studieren. Ah, dann ist ein Selbsternannter. Ein Selbsternannter. Ah, so wie in den Mainstream-Medien. Da gibt es auch so Selbsternannter-Exporten. Aber Digga, da kommt so viel durcheinander. Dem geht es gar nicht gut. Boah, Digga. Dem geht es gar nicht gut. Wirklich. Also der braucht der braucht dringend Hilfe. Da zweifelt es niemand an. Das ist überhaupt kein Problem. Also er zweifelt die Demokratie an und meint, es gebe keine Meinungsfreiheit, weil er von YouTube manchmal zensiert wurde. Außerdem meint er noch, dass die Mainstream-Medien ja nicht angezweifelt werden. Er aber als Selbsternander- Gesellschaftskritiker schon angezweifelt wird. Und das liegt aber vielleicht auch daran, dass bei den Mainstream-Medien ausgebildet... Chat sagt, Bro, vergleicht er den Zweiten Weltkrieg mit Corona. Maybe. Es ist so viel Müll aus seinem Mund gekommen, dass man gar nicht genau strukturieren kann. Ich glaube, er weiß selber nicht, was er alles sagt. Aber irgendwie sowas kann da drin gewesen sein, ja. ...journalisten dort sind und Ahnung haben von... Wäre ja auch jetzt nicht eine Überraschung von solchen Leuten, sowas zu hören. ...decherche und der Gesellschaftskritiker ganz oft Videos raushaut, irgendwas erzählt, ohne seine Akkumentationen mit Belegen zu stützen. Also er scheint nicht selbst zu reflektieren, weshalb man Dinge bei ihm anzweifelt. By the way, scheint dieser Hass gegenüber Frauenbewegungen daher zu kommen, weil er eine negative Beziehungserfahrung mit einer Borderlinerin hatte. Angeblich laut ihm vielleicht war es auch einfach nur völlig normale Frau, die gesagt hat, ey du, irgendwie, das passt nicht, ich würde mich gern von dir trennen, das sind Probleme, die sind zu groß für diese Beziehung hier. ähm, und er, also, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie es war, ne? Und nun schiebt er außerdem diesen Hass auf alle Borderliner, zumindest deutet es darauf hin, weil er folgendes schrieb, ja, ich rate ja grundsätzlich von Beziehungen mit Borderlinerinnen strengstens ab, also weil er einmal eine negative Erfahrung mit einer Borderlinerin hatte, ist jede so. Das wird auch begründen, weshalb es rüberkommt, dass er generell etwas gegen Frauen hat und dass man als Konsument das Gefühl nicht losbekommt, er könne misogyn sein. Aber wer bin ich schon, um das zu entscheiden? Vielleicht könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie... Chat sagt, wir Borderliner wollen ihn auch nicht. Ja, ist doch schon mal gut. Ah, Digga. Wer das so empfindet, findet ihr, er wirkt schon ziemlich misogyn oder bin ich einfach super unwissend? Alles Fragen, die ich ehrlicherweise nicht beantworten möchte. In diesem Sinne, bedanke ich mich für's Zuschauen, checkt meine neuen Merch Stay Critical ab. Der Link dazu ist in der Beschreibung, das wäre maximal wild. Und damit haut rein und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und lasst auch den Kanal noch nicht abonniert habt. Ja, und jetzt kann ich nichts mehr weiter sagen, außer macht's gut, haut rein, Stänkchen und Sänkchen, euer Alpha Kevin und tschau. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also erstmal, danke an Alpha Kevin für dieses Video. Liken, Alpha Kevin, subscriben, weil hätte Alpha Kevin sich nicht, also der musste sich ja noch mehr Videos geben, als er jetzt hier gezeigt hat. Das ist sehr schmerzhaft bestimmt gewesen, sehr, sehr schlimm bestimmt gewesen. Deswegen, ähm, deswegen danke, danke an Alpha Kevin. Äh, das ist schon... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.